Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Was für eine Qualifikation zum Canada Grand Prix 2024. Diese Formel 1 muss man lieben. Spannung bis zur letzten Sekunde und am Ende haben Polesetter George Russell und Weltmeister Max Verstappen 0,000 Sekunden getrennt. Ja, zeitgleich. Wer ein bisschen Fable für Formel 1 Historie hat, hat sich natürlich an Charest 1997 erinnert. Es gleich drei Piloten mit der gleichen Zeit auf Poles standen. Aber ihr wisst natürlich alle, derjenige, der die Zeit zuerst fährt, der bekommt dann auch die bessere Position. Also Pole Position für George Russell zum zweiten Mal in seiner Karriere. Und es hatte sich tatsächlich abgezeichnet. Und gestern habe ich noch gesagt, James Ellison soll vor der eigenen Türe kehren. Vielleicht muss ich da eine kleine Rolle rückwärts machen. Mercedes, ja, man kann jetzt sagen, in Monaco hat sich der Trend auch schon abgezeichnet mit dem neuen Frontflügel. Aber im dritten freien Training, dann allerspätestens jetzt in Kanada, da hat man gesehen, der Mercedes, der läuft richtig gut. Das Update, wir haben gestern ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, das ist schon eine große Nummer gewesen. Dieser Frontflügel, der ist komplett anders als sein Vorgänger. Eine ganz andere Philosophie. Man kann förmlich sehen, wo Mercedes da diese Probleme angegangen ist. Russell hat gesagt, man hatte 2023 Probleme mit Übersteuern. Jetzt in dieser Saison hatte man Probleme mit Untersteuern. Und der neue Frontflügel, der steht deutlich steiler im Wind, offenbar mehr Abtrieb. Also das kann man sogar als Laie so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn das natürlich stark vereinfacht ist. Natürlich funktioniert so ein Frontflügel nicht nur immer isoliert. Es gab ja auch weitere Updates. Die Nase wurde angepasst. Ja, hat auch damit zu tun, dass natürlich dort, wo die Nase in den Frontflügel übergeht oder umgekehrt, dass da Änderungen vorgenommen werden mussten. Gleichzeitig auch am Unterboden in den Venturi-Kanälen mit dem Einlass. Das spielt ja alles miteinander zusammen. Und deswegen scheint der Mercedes jetzt so zu laufen. Deswegen war man bei Mercedes auch gar nicht so überrascht, dass man auf einmal vorne mitspielt. Man hat gesagt, naja, bei den Updates, die wir gebracht haben, war das ja eigentlich zu erwarten. Lewis Hamilton, da sprechen wir später noch drüber, der hat das übrigens ein bisschen anders gesehen. Und deswegen glaubt man bei Mercedes, ja, es ist die Trendwende. Man wüsste nicht, warum es anders sein soll. Ich bin jetzt mal gespannt. Die erste Pole Position von George Russell, die war 2022 in Ungarn. Und auch damals hat man an die Trendwende geglaubt. Die Trendwende, die gab es irgendwie schon relativ oft jetzt in den letzten Monaten und Jahren bei Mercedes. Deswegen, ich traue es mich noch nicht so ganz zu glauben. Jedenfalls für den Moment sensationell Russell auf Pole. Aber ganz so einfach war es für ihn erst einmal noch nicht. Im dritten freien Training, da lag er noch deutlich hinter dem Teamkollegen, deutlich hinter Lewis Hamilton. Und er hat sich die Daten des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers der Geschichte angeschaut nach dem dritten Training. Und hat dann gesehen, okay, das kann ich anpassen, so bin ich auch schneller. Wo war es? In Kurve 1 und 2, da hatte Russell noch größere Probleme. Da hat er seinen Fahrstil ein bisschen umgestellt. Und das hat ihm dann am Ende die Pole gebracht. Aber auch in der Qualifikation war es für ihn nicht ganz einfach. Im Q2 wäre er fast noch abgeflogen. Riesenmoment gehabt. Direkt im Anschluss dann die absolute Bestzeit der Qualifikation gefahren. Konnte das dann im Q3 nicht mehr reproduzieren. Zunächst einmal wie alle Piloten auf angefahrenen Softreifen gewesen, weil man nicht mehr genügend Reifen hatte. Im zweiten Versuch mit frischen Reifen. Da hat er sich dann nicht mehr verbessert. Also es war wirklich eine mega spannende Qualifikation da vorne an der Spitze. Am Ende kam dann auch nochmal Max Verstappen ran. Der hat es dann eben nicht ganz geschafft. Und ja, Lewis Hamilton, was war mit dem los? Der sah im dritten freien Training aus wie der stärkste Pilot. Vierzehntelsekunden Vorsprung auf Verstappen und auch auf Russell. Kanada-Spezialist. Eigentlich ein Qualifying-Spezialist. Und am Ende nur Startplatz 7 für ihn. Die achte Qualifying-Niederlage im neunten Grand Prix für ihn. Also teamintern. Er sagt, er hat auf einmal eine halbe Sekunde verloren, als es in die Qualifikation reinging. Da ging gar nichts mehr. Einfach kein Grip mehr gehabt. Er weiß nicht wieso. Er hätte nichts am Auto, nichts am Setup verändert. Und wie ratlos und wie angefressen Lewis Hamilton war, das hat man einfach an den Interviews schon gemerkt. 26 Sekunden hat er sich für die TV-Kollegen bei der Formel 1 Zeit genommen. Den Printjournalisten stand er unwesentlich länger zur Verfügung. Also das nagt schon ordentlich an ihm. Ganz so ratlos wie der Weltmeister, wie der Ex-Weltmeister sind wir aber nicht. Wir haben uns die Daten mal ein bisschen angeschaut. Und man konnte sehen, auf seiner schnelleren Q3-Runde hatte er einen Verbremser. Bis dahin war er gleich auf mit Russell. Der Verbremser in der Spitzkehrenkurve 10 war natürlich richtig bitter für ihn. Denn dann kommt die lange Gerade bis zur letzten Schikane. Und da hat er drei Zehntelsekunden verloren. Das waren die drei Zehntelsekunden, die ihm es gekostet haben. Denn auch er konnte sich dann komischerweise im zweiten Versuch auf den frischen Reifen im Q3 nicht mehr verbessern. Ja und dann, Russell hat die Zeit gereicht für Pole Position und Hamilton wurde dann durchgereicht. Eben diese drei Zehntelsekunden, die haben ihm dann sechs Positionen gekostet. Deswegen nur Startplatz 7 für ihn. Ganz, ganz bittere Angelegenheit. Eine bittere Angelegenheit war die Qualifikation auch für Ferrari. Gestern haben wir sie noch zum Favoriten erklärt. Ferrari dachte selbst, man ist richtig gut unterwegs. Und dann lief im Trockenen auf einmal gar nichts mehr. Ja, der Trainingsfreitag, der war immer mal wieder verregnet. Dann war er wieder ein bisschen trocken. Aber Ferrari hatte das Gefühl, man war immer mit bei der Musik. Dann am Samstag war es komplett trocken. Ja, ab und zu mal ganz leicht genieselt. Aber nie so, dass wir ansatzweise in Richtung Intermediates gekommen wären. Und Ferrari war vom dritten Freintraining an im Nirgendwo. In der Qualifikation dann nur die Positionen 11 für Charles Leclerc, 12 für Carlos Sainz. Warum? Man ist komplett ratlos. Man weiß es nicht. Aber im Gegensatz zu Lewis Hamilton ist man bei Ferrari wirklich ratlos. Da hat man keine Fehler gesehen. Wir haben uns das Ganze angeschaut auf den Daten. Man verliert überall. Also es ist jetzt nicht so, dass man da Fehler sehen würde oder dass man da einen Trend erkennen würde. Nein, überall fehlt einfach der Grip. Man hofft bei Ferrari, dass es einfach am Reifen liegt, dass man den nicht so richtig ins Fenster reinbekommen hat. Sonst ist man wirklich komplett ratlos. Aber die Strategie. Ein altes Ferrari-Thema, das war in der Qualifikation auch so eine Sache. Die war sicherlich nicht perfekt. Im Q2 ja beide ausgeschieden. Und Ferrari war neben McLaren das einzige Team, das dann beim zweiten Versuch noch komplett auf die gebrauchten Softreifen gesetzt hat. Alle anderen Teams, abgesehen noch von Kevin Magnussen, haben frische Softreifen für den zweiten Versuch aufgezogen. Ferrari wollte es mit dem gebrauchten Satz schaffen. Leclerc konnte sich nur unwesentlich verbessern im Vergleich zum ersten Versuch. Seien es noch ein bisschen mehr, aber eben auch nicht ausreichend. Die anderen konnten dann nochmal ordentlich nachlegen nach dem ersten Versuch. Auf frischen Reifen lagen die Ferrari-Piloten noch auf den Positionen 5 und 8. Also ja, das ist auch nicht berauschend gewesen. Und der Rückstand auf Mercedes war relativ groß. Aber man hätte wohl mit frischen Reifen trotzdem zumindest mal den Einzug ins Q3 schaffen können. Und dann ist es schon nochmal eine andere Angelegenheit. Also Ferrari auf der einen Seite performance-technisch ratlos, auf der anderen Seite strategie-technisch zu viel gezockt. Ist eine neue Herangehensweise in dieser Saison bei Ferrari. Es war kein klassischer Strategiefehler, wie wir den oftmals in der Vergangenheit gesehen haben. Man sagt bei Ferrari selbst, ja man riskiert jetzt einfach und das Risiko hat sich bislang ausgezahlt. In dem Fall eben nicht. Trotzdem hat man noch Hoffnung für seinen. Warum? Einerseits Wetter. Regenrisiko für den Grand Prix ist wieder ein bisschen höher als jetzt für die Qualifikation. Und auf der anderen Seite Graining. Renntrim haben wir nicht wirklich viel gesehen. Im dritten freien Training gab es ein paar Long Runs. Und da hat man dann schon gesehen, okay, die Reifen, die haben richtig mit Graining zu kämpfen. Und immer wenn es Graining gibt in der jüngeren Formel 1 Vergangenheit, dann ist mit Ferrari zu rechnen. Zuletzt in Melbourne. Da hat Carlos Sainz ja den Grand Prix gewonnen. Wenn wir letztes Jahr anschauen, Las Vegas. Da war Ferrari richtig bei der Musik mit dabei. Also die Hoffnung, die stirbt bei der Scuderia zuletzt. Das Wetter ist eine große Hoffnung für Ferrari. Das Wetter bei uns in der Redaktion, das Betriebsklima ist natürlich immer wunderbar. Und wenn du teilwerden willst von diesem Team, in dem es immer nur Sonnenschein gibt, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Wir suchen auf verschiedenen Positionen, unter anderem in der Redaktion, auch hier im Videoteam Verstärkung. Gar nicht scheuen, einfach mal bewerben. Viele haben ein verstecktes Talent, das man vielleicht jetzt zuvor in der Ausbildung noch nicht so gesehen hat. Einfach mal vielleicht als Quereinsteiger. Liebe zu unserem Sport, zu dem, was man tut, ist das Wichtigste. Also einfach mal bewerben. Alle Informationen gibt es auf jobs.motorsport-magazin.com. Während bei uns in der Redaktion bestes Betriebsklima herrscht, sieht es zwischen Daniel Ricciardo und Jacques Villeneuve nicht ganz so rosig aus. Da gibt es richtig Stunk zwischen den beiden. Jacques Villeneuve, der Ex-Weltmeister, ist ja bekannt dafür, gerne mal einen rauszuhauen. Und genau das hat er jetzt an diesem Wochenende getan. Er ist Daniel Ricciardo ordentlich angegangen. Jacques Villeneuve hat im TV gesagt, wenn du es nicht drauf hast, geh nach Hause. Das Ganze in Richtung Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo hatte in den letzten Jahren ja oftmals mit Performance-Problemen zu kämpfen. Meinte dann, man müsste das Auto mehr in seine Richtung bringen. Jacques Villeneuve sieht das nicht so. Der meint, naja, das kann man vielleicht für einen Hamilton machen, für einen Ex-Weltmeister. Aber sicherlich nicht für einen Daniel Ricciardo. Also diese Aussagen, die hatten es schon in Sicht. Daniel Ricciardo hat davon Kenntnis genommen. Er hat zwar diese Aussagen nicht selbst gehört. Ihm wurde aber berichtet. Er meinte, naja, er hat davon gehört, dass er Scheiße erzählt. So das wörtliche Zitat. Aber das tut er ja immer. Wörtliches Zitat Ende. Weiter geht es mit dem wörtlichen Zitat. Ich glaube, er hat seinen Kopf ein bisschen zu oft angestoßen. Ich weiß nicht, ob er Eishockey spielt oder was auch immer. Also da hat Daniel Ricciardo verbal ordentlich zurückgeschlagen. Kurz zuvor hat er es aber besser gemacht. Da hat er es auf der Strecke gezeigt, dass er es noch kann. Position 5 in der Qualifikation für ihn. Das war mal ein Lebenszeichen vom Australier. Aber die Frage ist, ob das Lebenszeichen zu spät kommt. 30 Minuten vor der Qualifikation haben die Racing Bulls bekannt gegeben, eine Option auf Yuki Tsunoda gezogen zu haben. Das heißt, der Japaner wird auch 2025 für die Racing Bulls fahren. Kommt jetzt nicht unerwartet. Es gab ja zuletzt auch ein bisschen Interesse von anderen Teams nach den starken Leistungen von Tsunoda. Jetzt haben die Racing Bulls gesagt, okay, wir haben die Option, wir ziehen sie damit alle Gerüchte im Keim erstickt. Aber was ist denn jetzt mit dem zweiten Cockpit? Daniel Ricciardo, der hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich V-Carb antut, in Anführungszeichen, um dann wieder das Red Bull Cockpit erobern zu können. Das Red Bull Cockpit ist jetzt erst mal dicht, nach der zweijährigen Vertragsverlängerung von Sergio Perez auf jeden Fall mal. Einerseits will sich Daniel Ricciardo das dann noch antun bei V-Carb. Andererseits will man sich bei den Racing Bulls überhaupt Daniel Ricciardo noch antun. Denn ja, das war jetzt mal wieder ein Ausrufezeichen. Aber davon gab es in dieser Saison einfach zu wenig. Mit Liam Lawson hätte man natürlich noch ein super Talent in der Hinterhand. Der hat es ja letztes Jahr schon gezeigt, als er da ins kalte Wasser geworfen wurde, einspringen musste für Daniel Ricciardo. Richtig starke Leistungen gezeigt. Und den muss man jetzt wohl auch mal irgendwann mal in die Formel 1 befördern, wenn man ihn nicht verlieren will. Also, auf dem Fahrermarkt, da tut sich weiter was. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Nicht nur Daniel Ricciardo hat übrigens verbal zurückgeschlagen, auch die FIA. Ich habe euch ja erzählt, es wird eine Pressekonferenz mit Nicolas Tombazis und Jan Monchon geben, mit dem Formel 1-Chef der FIA und mit dem Technik-Chef der FIA. Und da ging es natürlich um das Reglement 2026. Zuletzt gab es heftige Kritik, vor allem von den Teamchefs der Formel 1. Darauf hat man jetzt reagiert und hat gesagt, ja, die Regeln, die sind noch nicht ganz ausgegoren. Ja, die sind unreif. Aber das ist durchaus so gewollt. Wir wollten das jetzt erst einmal durchboxen. Aber warum will die FIA unreife Regeln durchboxen? Das hat mit der Deadline des 30. Juni zu tun. Das haben wir euch auch schon erklärt. Im International Sporting Code, quasi dem Grundgesetz des Motorsports, wenn man so will, da steht drin, dass gravierende Regeländerungen, die einen Einfluss auf die Performance Balance von Automobilherstellern haben, dass die am 30. Juni fixiert sein müssen, aber nicht im 30. Juni des Vorjahres, sondern ein Jahr davor. Natürlich kann es danach noch Regeländerungen geben, aber dann gibt es eine ganz andere Governance. Jetzt kann die FIA noch schalten und walten, wie man will. Jetzt kann man das Reglement noch komplett selbst bestimmen. Danach, nach dieser Deadline, da müssen dann die Teams und die Formel 1 mit einbezogen werden. Da braucht man dann Mehrheiten und dann wird es kompliziert. Darauf wollte sich die FIA nicht einlassen. Die FIA hat gesagt, ja, wenn man größere Regeländerungen will, dann sind die Teams da immer schwierig davon zu überzeugen und deswegen wollten wir das durchboxen. Ja, wir wissen, dass wir noch Anpassungen vornehmen müssen. Und ja, wir haben das Reglement absichtlich in diese Richtung erst einmal extrem ausgelegt. Wir wissen aber genauso, dass wenn wir den Teams mehr Freiheiten noch geben wollen in gewissen Bereichen, dann werden die Teams da zustimmen und dann kriegen wir das dann auch noch durchgeboxt. Wir wissen, dass wenn wir die Autos noch schneller machen wollen, dann kriegen wir das durchgeboxt. Und das ist ganz einfach mit der Aerodynamik. Da müssen wir da ein bisschen an Stellschrauben drehen und wir können das Reglement so formen, dass das alles kein Problem wird mit der Performance. Aktuell, ja, vielleicht sind die Autos zu langsam, aber da justieren wir nach. Die Teams werden da schon zustimmen und dann passt das schon. Aber die grundlegende Regelrevolution, die wollte man jetzt unbedingt durchboxen, weil das wäre anschließend schwieriger geworden. Also, interessante Aussagen von der FIA. Bis wann will man dann aber Gewissheit haben? Naja, bis spätestens Ende des Jahres, denn bis dahin dürfen die Teams erst einmal ohnehin noch keine Aerodynamikentwicklung für 2026 betreiben. Das darf man ja erst ab 2025 und deswegen brauchen die Teams aktuell diesbezüglich auch noch keine Gewissheit. Nachvollziehbare Herangehensweise, wie ich finde, von der FIA. Man hätte es aber trotzdem vielleicht ein bisschen anders kommunizieren können. Die FIA sagt, naja, wir wollten das erst einmal so auch an die Medien kommunizieren, was wir da vorhaben, damit nicht die Teams, die kriegen ja sowieso den Entwurf des Reglements vorgelegt. Aber wir wollten nicht, dass die Teams dann irgendwas an die Medien leaken und dann kommen nur negative Sachen raus. Ja, irgendwie verständlich, aber auf der anderen Seite hätte man vielleicht von Anfang an sagen können, ja, das ist jetzt nur der erste Entwurf, das ist alles Work in Progress und wir haben auf dem Schirm, dass es da noch Probleme gibt. Auch was das Thema Sicherheit angeht, Höchstgeschwindigkeiten wurden ja moniert. Da sagt man auch, haben wir auf dem Schirm. Am Ende können wir das regeln, entweder mit der Leistung der Motoren oder mit der Leistungsabgabe der Motoren oder dann eben mit der Aerodynamik, wann die verschiedenen Modi da genau eingesetzt werden dürfen. Da kann man das fein justieren und am Ende kommt man da plus minus 5 kmh zu den aktuellen Autos rein. Wie sieht es denn auf Motorenseite aus, wenn man da ja noch nachjustieren kann? Eher unwahrscheinlich, denn da gibt es ja schon die Governance, da steht das Reglement schon seit Mitte 2022. Also, dass es da noch größere Änderungen an der Hardware gibt. Deutlich mehr Leistung Richtung Verbrenner schieben, würden wir uns ja alle wünschen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Nikolas Tombatze sagt, ja, es gibt eine gute Zusammenarbeit unter dem Motorenhersteller. Da wird man auch noch Änderungen vornehmen, wenn man sieht, es gibt Probleme. Aber ich glaube persönlich nicht, dass es da große Sachen geben wird. Das ist eher Nuancen, vielleicht noch an der Leistungsabgabe und so weiter, wo man was ändern wird. Aber auf der großen Seite, glaube ich, ist da der Zug abgefahren. Der Zug abgefahren für das Rennen ist aber definitiv noch nicht. Wir haben eine unfassbar spannende Ausgangsposition. Russell auf der Pole, Verstappen dahinter. Dann die beiden McLaren, auch Landon Norris auf Position 3, haben nur 21.000 auf die Pole gefehlt. Es ist eng wie nie in der Formel 1. Wir haben keinerlei Daten vor dem Rennen. Vielleicht spielt das Wetter noch eine große Rolle. Also, wenn jetzt nicht angerichtet ist vor diesem Grand Prix, dann nie. Alle Informationen gibt es natürlich auf motorsport-magazin.com, auch im Live-Ticker. Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf dem Handy anschauen. Kostenlose App für Android und iOS. OS OS Das war's.